Heute Morgen, wie Sie in den Stall gegangen sind, haben Sie ein Kalb schreien gehört. Sie haben dann Nachschau gehalten, was haben Sie vorgefunden? Die Vermutung war eben, dass in die Jauchegrube eingebrochen ist, beim Deckel, und es hat sich bewahrheitet. Und ja, dann habe ich eben die Feuerwehr informiert. Ein Jungkalb mit rund 150 Kilo ist in der Jauchegrube gestanden. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde dann versucht, das Tier aus der Notlage zu befreien. Ja, so war es. Also zum Glück hat es eben keinen Sauerstoffmangel gehabt, dass es eben nur belebt hat. Und da haben wir es dann mit dem Datenschutz befreien können. Wie groß ist die Jauchegrube? Wie tief? Circa drei Meter. Drei Meter ist tiefer und sie war circa halb voll. Wie geht es denn dir jetzt? Ich hoffe gut und dass sie eben keine Verletzungen hat. Also bis jetzt schaut es gut aus. Und das wieder bei ihrer Mutter und bringt schon wieder bei ihrer Mutterkuh. Danke sehr fürs Gespräch. Danke sehr. Vielen Dank.